Hmm... Falsch eingestellt? Keine Ahnung wie das jetzt grad geht. Welche Pipes hast du denn? Das pumpt auf jeden Fall hoch. Oder falsch angeschlossen? Feuer herauspumpen. Schauen wir was uns ganz unten erwartet. Oh man ey. Hoffentlich gibt es doch ein paar schöne Kisten für mich. What the fuck? Ein bisschen noch das Loch größer. Wines haben wir hier auf jeden Fall. Da unten ist die Kiste. Siehste? Glaub ich in der Musik. Aber ich wurde angestupst. Das ist jetzt Pech. Angepupst? Ja, das ist jetzt Pech, dass ich jetzt angestupst hätte. Vielleicht wird immer angepupst. Ja, ich wird immer angepupst. Ich mach mal beide Löcher zu. Ich hab Angst. Ich hab Angst vor Löchern. Ich hab doch mehr Musik reingemacht gehabt. Warum fehlt nur die Hälfte? Vielleicht hast du über WinApp? Ja. Du hast vielleicht reingezogen und nicht auf die Playlist geklickt. Doch hab ich. Okay. Oder vielleicht hast du woanders reingeschoben? Eigentlich fehlt aber die Hälfte. Ah, Magnesiumorée. Keil. Naja. Ich hab genug Glieder drin. Da ist ein Grabstein in der Mitte. Ja. Kann das sein, dass die... Ja, geilen Spinspawner schon wieder. Die Grabstein spawnen auch so da dran. Wie bleiben wir da? Ja, da wird das meiner sein. Nein. Ah, erst mal ein bisschen. Untergraben damit ich hier... Ah, scheiß. Oh. Das geht noch? So, die Auschwitz hat automatisch... Erst noch ne Kiste. Ich werd wahnsinnig. Zwei. Hi Enderman. Nips. Small Enderman. Entweder görbe ich jetzt die Kiste oder ich die ausnomme und grabe mich unten drunter. Mach doch das, was du willst. Ich glaub ich mach wieder die Arsche-Aktion. Keine Ahnung. Wtf. Wtf. Wtf sei. Ding 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 Ding. Nee. Flash. Was? Nee. Nix. Nee. Einfach so. Weil's denn, die sperren uns deswegen. Und weil' ich Klänge gemacht hab. Nö, nö. Du bist aber nur behindert. Na gut. Das ist jetzt ne Behauptung, ne. Ohne Tatsache. Ne. Doch. Ähm... Da flieg' ich am besten nicht runter, dann sterbe ich. Vorher noch nachts. Dann haben wir nur noch vier Leben. Ich habe schon letztes Mal so viele verschossen, aber es kommt auch keiner mit. Gibt's lila? Ne, blau? Das ist lila, Mann, das ist doch kein blau, was ist los mit euch? Bist dumm, das ist los. Der sagt mir, das ist blau, obwohl das lila ist. Haltet Maul, spinn. Du machst dein eigenes Deckschöpfe, dann heul nicht so rum. Nein, hab ich keinen Bock zu. Dann wird das voll bekloppt, dann wird das voll bekloppt aussehen. Ich würde deine Fratze beim Enderman drauf machen. Hm, ist klar. Ja, Mann, das wäre doch voll lustig. Ne. Wäre das nicht. Hallo, Spinnen. Na, wollen wir Freunde sein? Komm, ich komme noch einen Bock näher. Kann der Küper vielleicht bei euch... Ja, der Ding wut, ist klar. Okay, da ist der Spawner, ich sehe ihn schon. Warum ist hier eigentlich so ein behinderter Monster, weil wir gespawen? Oh, hast du das gehört? Nö. Schade. Das war, meine Freunde, ein Küper. Klick, 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 klick. Ja, ich muss leider klicken. Oh, jetzt, was ich nicht abbauen kann. Aber mit der Schwitze... What the fuck? Leckt das so ein bisschen bei mir? Weil hier ganz viele Monster sind. Hier sind wirklich extrem viele Monster. Das ist generell beim Laufen. Schon ganz Zeit. Oh, Spinner doch ab. Oder vielleicht übertreiben wir wirklich die Nachts. Nein, die sind wirklich extrem... What the fuck? Also übertreibst du, Spinner. ALT MAUL! Ja, noch ein Creeper! Ach, hier ist ein Creeper-Spawner und ich wundere mich die ganze Zeit. Ja. Tschüss, Spin. Und dann grabe ich mich unter dem Creeper-Spawner und mache ihn kalt. Ein paar fucking sitzen. Jetzt ist das ein bisschen dunkel. What the fuck says! Ich bin der Meinung, beim letzten Mal hatten wir ja auch schon Creeper mit einmal bei uns oben. Wart, aber, war das ein Zombie namens Slash? Äh. Alter. Nee, ich war das definitiv nicht. Oh, klar. Nee, der geht auf den siebze Minuten erst. Hm? Siebzehn Minuten erst. Hohoho. Hoho. So, sie spawnt das jetzt erstmal komplett. Ähm, ja. 44, fuck. So, für Platz am Momental habe ich gar nichts mehr. Ich muss erstmal leeren. Oder? Okay. Ich habe auch nichts mit. Nee. Ich komme erstmal hoch und leere mal diesen ganzen Stein. Ich könnte mir eigentlich eine Truhe mitnehmen. Vor allem von 35 Stück habe ich 7 Stück jetzt gerade noch. Wow. Schön, ne? Was sagt der Necificator? Wie voll? 8. 1 Million. Toll. So, dass ich richtig anzeige, wie viel da insgesamt drin ist. Hallo, Spinde. Danke, dass du mich angreifst. Das Ding ist leer. Alter, danke der Spinde, dass sie mich angreift. Danke schön. Danke, finde ich sehr interessant von euch. Das ist auch schon leer. Das läuft auch nicht mehr. So, I'm coming to you. Nicht da nicht. Doch. Ich frage mich immer noch, wie das Ganze sich hier die ganze Zeit mit Strom behält. Muss ja irgendwo ein Generator sein oder eine unendliche Quelle. Müsste ja. Das kann ja nicht sein, dass so viel Strom existiert hier. Äh, das kann ja rein. Wie viele verschordene, verschordene, ne? So, wie viele verschordene, ne? Du kannst ja auch nehmen. Furnace Generator auch Holz reinstecken einfach, ne? Müsste extra so. Aber hier soll man mal gemacht. Ob ich denn die Pfeile reingeworfen? Ja, wir kriegen gerade genug Holz. Ja, ist da Sugar drin gewesen? Ne. Das hätte ich gehen. Sugar, Poker. Ach, da sind die Pfeile. So, nur noch den Sugar. Warum habe ich denn eine Healing Portion bei mir? Äh, habe ich auch. Haben wir, glaube ich, auch so ein Pack bekommen. Okay. Ja, ich gehe wieder zurück. Habe ich noch ein Schwert? Habe ich noch super... Super. 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 Super Pupa. Super Pupa. Oder... Ich mob dich. Du mobst mich. Wir alle beide. Ich mob bin uns immer gegenseitig. Da sind Spinnen, die gehen mir völlig auf den Sack. Du hast es doch verdient, du alter Sack. Ja, das ist wohl... Wir haben Sack und Sack ver... Naja. Klopf, klopf. Boah, ey. Alter Mann, ey. Warum klopfst du nur an der Tür hier ran? Lass mich doch. Ich will doch nur aufnehmen. Haltet alle das Maul, Mensch. Ich will doch einfach nur looten. Geht jetzt mehr aus dem Weg. Ich will nur looten. Ich habe gesagt, ich will nur looten, Mensch. Ich habe hier, dass keiner von euch will. Nur looten. Einfach nur looten. Hallo. Hallo. Ey, die kapieren das nicht, dass ich nur einfach looten will. Looten die Seiten, puten. Einfach nur looten. Tschüss. Looten, puten. Dreimal reward back good habe ich. Und acht Stacks Coins. Was? Stacks Coins? Jo, bringen wir die Coins mit. Ne, ich gehe erstmal in die andere Kiste und looten. Bring die Coins mit. Nein. Wie will ich die andere Kiste looten? Spassi. Ich bring die gleich mit. Ich muss sowieso, weil ich drei Reboard Packs gut habe. Ja, weil ich habe die nächste Kiste. Oh, da ist diese VM-Wolle drinne. Toll. Egal, ich bin genau unter dieser Kiste gekommen. Okay, die haben wir auch. Warte mal. Wie markiere ich die gar nicht? Na, mit Schmider. Ja, weil wir behindert sind. Ja. So wie du. Du bist richtig behindert. Vor allem, weil wir behindert sind. So wie du. So. Tunnel zu. Waffe tot. Jetzt habe ich sogar eine Kiste, die ich irgendwo hinstellen könnte. Wo buddel ich jetzt nach oben? Was sagt denn das Quest-Lock eigentlich noch?